Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich tatsächlich Antworten liefern kann. Nein, wird gelingen. Mein Name ist Peter, ich bin Rechtsanwalt in Salzburg, aber österreichweit unterwegs. Bin spezialisiert auf IT und Marketingrecht, habe zehn Jahre selbst eine EDV-Firma gehabt. Mit mir kann man also technisch-chinesisch reden. Ich verstehe es und als Jurist ist es immer schon mal ganz hilfreich, wenn man zumindest weiß, was man rechtlich beurteilt, worum es denn da ungefähr gehen könnte. Das heutige Thema ist tatsächlich riesengroß. Man kann zu einem Thema wie WordPress und Recht auch zwei Tage vortragen, ohne dass das ein Problem ist. Ich habe daher geschaut, dass ich das auf ein paar Kernaussagen beschränke und ein bisschen tatsächlich Know-how mitbringe, das man dann auch umsetzen kann. Das Spannende, wenn wir über WordPress-Plugins reden, ist, rechtlich gilt immer das Herkunftsland-Prinzip. Das heißt, wenn ich so ein Plugin entwickle für einen Staat oder für ein Einsatzgebiet oder es selbst einfach einsetze, ich habe eine österreichische Website, habe einen österreichischen Webshop und lache mir ein neues Plugin von diesen unzählig tausenden Plugins an, die da verfügbar sind, dann gilt das Recht des Staates, in dem ich gerade sitze. Und wenn wir Österreicher sind, das österreichische Recht, bedeutet, dass viele Plugins, die frei verfügbar sind, vollkommen unbrauchbar sind. Ich habe letztes Jahr die spannende Challenge gehabt, ich habe ein Membership-Plugin gebraucht, das so Abus-System macht, gibt es wie, sind da mehr technisch total ausgereifte Dinge. Ich habe alle runtergeladen und sie waren leider alle US-amerikanischer Herkunft und haben europäisches E-Commerce-Recht nicht einmal ansatzweise umgesetzt gehabt. So weit nicht, dass ich einfach gesagt habe, das bringt es gar nicht, die zum Einsatz zu bringen, weil da ist die Adaptierung viel größer. Ich bin dann bei WooCommerce gelandet, was ein bisschen oversized war, aber das kann das mit anderen Plugins. Das heißt, man muss tatsächlich, wenn man sich ein Plugin anlacht, mal nachkontrollieren, ist das bei uns überhaupt rechtskonform einsetzbar. Und bei sehr vielen Plugins lautet die Antwort leider, weil sie sehr US-lastig sind, nein und braucht gröbere Adaptierungen. Wir haben daher massive Unterschiede EU zu anderen Rechtsgebieten, insbesondere zu den USA. Ja, blöderweise haben wir innerhalb der EU gröbere Unterschiede. Also auch in Österreich und Deutschland, wo mal keine Sprachbarriere bestehen wird, ist es so, dass bei Weitem das Recht nicht identisch ist. Da gibt es das Problem, wir hören immer, die EU reguliert viel zu viel, als Jurist sage ich nah genau umgekehrt. Die EU reguliert viel zu wenig, weil es überall Umsetzungsspielräume gibt. Die EU verbockt nicht die Gesetze und macht es nicht so kompliziert, sondern seitens der EU kommen tatsächlich einfach gehaltene Gesetzesvorschläge. Dann sagen alle Nationalstaaten auf, sagen bei jedem Blödsinn, wenn das so ist, ist unsere nationale Identität gefährdet. Also auch bei Dingen, die überhaupt nicht identitätsstiftend sind, aber das ist so die Standard-Aussage. Und dann wünscht sich jeder seine Ausnahmen und dann kommt ein neues Datenschutzrecht, wo es 70 Punkte gibt, wo Nationalstaaten ihr Extrasüppchen kochen können und das auch eifrig ausnützen. Und wir haben jetzt ein Grundgerüst, wo wir ein einheitliches Datenschutzrecht haben und wieder Geschmacksrichtungen, wo Österreich und Deutschland bei Weitem nicht identisch ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein deutsches Plugin nehme, heißt das noch lange nicht, dass das in Österreich rechtskonform ist und umgekehrt, was die Sache extrem mühsam und nicht wirklich einfach macht. Wenn man jetzt so grenzüberschreitende Web-Auftritte hat, wird man sich daher erstens grömer erkundigen müssen und dann oft einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner wählen, mit dem man überall safe ist. Worauf kommt es an? Urheberrecht ist natürlich ein Riesenthema. Klar, WordPress ist Open Source, aber wir wissen, es gibt auch andere Plugins, die jetzt nicht als Open Source ausgestaltet sind, mit denen Menschen sinnvoll Geld verdienen. Auch das ist möglich. Das heißt, man muss ja mit diesem Open Source Lizenzrecht mal auseinandersetzen. Keine WordPress-Website natürlich ohne Daten. Datenschutzrecht ist ein ganz Riesenthema. Da schauen wir uns nachher ein bisschen an, wie könnte denn das funktionieren. E-Commerce-Recht ist, sobald ich einen Vertragsabschluss habe, ein Thema, aber auch eine, also muss jetzt gar kein ausgewachsener Webshop sein, jede simple Registrierung ist in der EU auch schon komplizierter, als jetzt das in den USA wäre. Das heißt, auch da muss man schon aufpassen, wenn man ein Plugin erstellt, hält das so elementare Rechtsvorschriften ein. Wenn man Verträge mit Konsumenten abschließt, dann sind wir relativ schnell im Fernabsatzrecht drin. Wenn wir Geld dafür wollen, gibt es für den elektronischen Zahlungsverkehr Vorschriften, die dann auch tatsächlich in technische Vorschriften münden, wo ich zum Beispiel bei der Verschlüsselung der Website bestimmte TLS-Versionen verwenden muss oder, oder, oder. Rechnungsvorschriften hatte die spannende Anforderung, ich habe ein Affiliate-Plugin gebraucht, da gibt es auch ganz gute. Leider ist kein einziges in der Lage, rechtskonform mit so Kleinigkeiten wie Umsatzsteuer, wie Rechnung oder Rechnungslegung die Affiliates abzurechnen. Das heißt, da muss man dann Teile entweder händisch machen oder wirklich ganz grob dazu programmieren. Also wo elementare Dinge, die für den E-Commerce wichtig sind, schlicht und einfach führen. Und was jetzt nicht so klassisch unter das Thema Rechtsvorschriften fällt, aber auch wichtig ist, Geschäftsbedingungen von Komponenten, von Diensten, die man einsetzt. Da lautet meine Empfehlung, wenn man Fremdplattformen verwendet, fremde Komponenten verwendet, bitte einen Kalender setzen und halbjährlich mal denen ihre Geschäftsbedingungen durchlesen. So Geschäftsbedingungen von Internetdiensten sind wirklich maximal änderungsfreudig. Es stehen oft Dinge drin, mit denen man überhaupt nicht rechnen würde. Eine Sache, die mittlerweile Geschichte ist, jeder kennt dieses Google Maps Embed-Plugin. Da waren so Sachen drin, dass man das nicht verwenden darf bei einer Website, wenn man sich registrieren muss und die Registrierung nicht für jedermann zugänglich ist. Also eine Website, wo sich nur Wiener Ärzte registrieren hätten dürfen, hätte im geschlossenen Bereich das nicht verwenden dürfen. Die Regeln sind mittlerweile schon wieder ganz anders und haben sich in der Zwischenzeit zehnmal geändert. Das heißt, wenn man auf solche Tools setzt, sollte man am Laufenden bleiben. Ist noch halb so schlimm, wie es klingt. Bitte, wenn ich sage Geschäftsbedingungen lesen, den schlanken Teil lesen, wo tatsächlich drinsteht, was Sache ist, wie die Benutzung eingeschränkt ist und wie nicht. Diesen ganzen Haftungsblabla und wir haften für nichts, den braucht man jetzt nicht unbedingt lesen. Aber dass man zumindest weiß, was darf ich mit dem tun. Gilt auch für viele andere Dinge. Wer seinen Content über Stockfotoplattformen bezieht, einfach dort einmal die Geschäftsbedingungen lesen. Das Spannende, man würde glauben, Stockfotoplattformen machen alle das Gleiche, die haben da alle das Gleiche drinstehen. Das Gegenteil ist der Fall, jeder hat andere kreative Sachen drinstehen. Also die sind auch von einheitlich weit entfernt. So, Thema Datenschutzrecht. Haben wir dacht, nachdem das doch brandaktuell ist noch aus dem letzten Jahr, werde ich ein bisschen intensiver anreißen. Da eine kleine Warnung. Viele haben das Gefühl, das ist eingeschlafen, weil letztes Jahr am 25.05. ist das Ganze anwendbar geworden. Am 26.05. gab es keine Millionenstrafen für jeden kleinen Unternehmer und damit haben alle gesagt, okay, das Thema ist erledigt. Das ist es bei Weitem nicht. Gerichts- und Verwaltungsverfahren haben eine gewisse Vorlaufzeit und daher ist es nicht zu erwarten gewesen, dass das also von jetzt auf gleich Strafen hagelt. Aber es gibt mittlerweile doch sehr viele Verfahren bei der Datenschutzbehörde, auch erste Entscheidungen. Was man zusammenfassend sagen kann, das Rechtsgebiet entwickelt sich sehr dynamisch und teilweise auch sehr schwierig. Ich habe mit dem Kollegen Dr. Knürim aus Wien, Datenschutzanwalt, ich würde sagen, einer der drei großen Datenschutzgötter in Österreich, der macht wirklich nichts anderes. Vor kurzem mal telefoniert aufgrund aktueller Entscheidungen der Datenschutzbehörde, sind wir uns einig, dass wir nicht sicher wissen, wie wir unsere Rechtsanwaltvollmacht noch datenschutzkonform gestalten könnten. Also das wird schwieriger, das Thema, statt leichter. Das ist gerade ein bisschen die schlechte Nachricht. Wenn man Daten verarbeitet, braucht man mal einen definierten Verarbeitungszweck. Das heißt, man sollte sich tatsächlich als erstes mal überlegen, welche Daten braucht man wofür. Das ist so das Elementarste. Das ist auch das, was jeder noch halbwegs leicht definieren kann, wenn er ein Plugin entwickelt. Wenn er ein Plugin bezieht von einem dritten Anbieter, ist das oft nicht mehr ganz so leicht, dass man herausfindet, was macht das Plugin tatsächlich alles. Wir brauchen dann einen Rechtmäßigkeitsgrund. Das heißt, einen Grund, dass wir die Daten verwenden dürfen. In einem unternehmerischen Kontext ist es sehr oft der Vertrag, weil wir mit einem Kunden eine Vertragsbeziehung haben und aufgrund dieser Vertragsbeziehung die Daten verarbeiten. Dann haben wir mal einen Rechtsgrund. Gesetz kann eine rechtliche Grundlage bieten, zum Beispiel bei Aufbewahrungspflichten. In jedem Webshop generiere ich Daten, die die Finanz interessieren und die Finanzsorg sieben Jahre aufheben. Da habe ich also für diese Aufbewahrungsverpflichtungen von einem Teil meines Datenbestandes schon mal eine Rechtsgrundlage oder es könnte auch eine Einwilligung sein, weil ich zum Beispiel einen Newsletter beziehe. So wird es jetzt ausschauen zwischen einem Plugin-Entwickler und einem Lizenznehmer, der also dieses Plugin lizenziert. Wenn ich jetzt als Lizenznehmer dieses Plugin einsetze und meine Mitarbeiter im WordPress damit arbeiten, werden wieder Daten generiert. Und zwar die Daten über die Mitarbeiter des Unternehmens, die da jetzt Content Management betreiben und, und, und. Da werden ja Logdaten generiert. Diese Logdaten könnten missbräuchlich verwendet werden zur Überwachung der Dienstnehmer. Schauen, hackeln die eh brav, und, und, und. Da werden wir teilweise den Arbeitsvertrag aus Grundlage nehmen können, aber möglicherweise braucht man eine Einwilligung. Also im Arbeitsrecht ist das relativ rasch so und im Arbeitsrecht ist es extra kompliziert. Da braucht man im Regelfall zusätzlich das berechtigte Interesse des Unternehmens, diese Daten überhaupt zu verarbeiten. Und wenn wir jetzt ein Kressus-Unternehmen sind und einen Betriebsrat haben, braucht man darüber auch noch eine Betriebsvereinbarung, wie die Daten aus dem Content Management, welche überhaupt erfasst werden dürfen und wie die verarbeitet werden dürfen. Das heißt, auch das ist ein Punkt, den viele übersehen, dass hier Dienstnehmerdaten unter Umständen anfallen von Content Management, von Admins, aus der IT-Abteilung und, und, und. Ja, und dann gibt es jetzt natürlich noch Daten von denjenigen, die uns am meisten interessieren, nämlich von unseren Website-Usern. Das sind in Regelfall diejenigen, denen wir unsere Produkte verkaufen wollen. Daher sind denen ihre Daten extra spannend. Da kann auch ein Vertrag die Rechtsgrundlage sein, weil sie der User vielleicht registriert hat zu unserem Dienst. Eine Registrierung ist nichts anderes als ein Vertragsabschluss, weil er bei uns was gekauft hat über einen Webshop, aber auch, weil er vielleicht eine Einwilligung abgeben hat, zum Beispiel für ein Newsletter. Da geht die Richtung, die Datenschutzbehörde geht derzeit in eine sehr strenge Richtung. Man kennt bei gewissen Dingen, wie Google Analytics oder so, noch darüber diskutieren, ob das jetzt zum Betrieb der Website technisch notwendig ist. Ich bin da eher liberaler und würde sagen, ja, weil eine Website nur online steuern, macht wenig Sinn. Also das sind wohl Elementardaten teilweise, die man zur Weiterentwicklung braucht. Die Datenschützer sehen das sehr oft deutlich strenger. Geht also auch in die Richtung, dass man sagt, man braucht also für eine Google Analytics Einwilligung und bevor der nicht bei dieser Cookie-Wulgo-Datenschutzbar okay gedruckt hat, darf nicht einmal Google Analytics loslaufen. Also das geht in eine tatsächlich strenge Richtung. Dann gibt es noch das Thema Datenminimierung. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, wir dürfen nur so viele Daten verarbeiten, wie zur Zweckerreichung tatsächlich notwendig sind. Das heißt, Daten einglauben frei nach dem Motto, die kriege ich jetzt gerade leicht, darum nehme ich es mal und schaue dann, was ich in Zukunft damit mache. Das geht auf keinen Fall. Also das wäre kein rechtskonformer Verarbeitungszweck. Daten einsammeln, die zu viel sind, die man nicht braucht, geht auch nicht. Also auch diese Daten darf man nicht erfassen. Das ist was, was man auch bei der Plugin-Entwicklung sinnvollerweise schon mitdenken sollte. Ja, ist das Feature, das ich mir hier gerade überlege, tatsächlich rechtskonform. Kennen meine User oder die User, die dieses Plugin dann einsetzen, in ihren Websites tatsächlich das Ding rechtskonform verwenden? Das Thema Richtigkeit von Daten ist auch Thema. Daten sollen aktuell und richtig gehalten werden. Der Hintergrund da ist, dass die Macher der Datenschutz-Grundverordnung einfach gesagt haben, mit falschen Daten kann tatsächlich jemandem am leichtesten Unrecht passieren. Daher soll man schauen, dass die Daten, die man hebt, valide sind. Da kann man Möglichkeiten zur Datenvalidierung einbauen und auch zur Datenaktualisierung, dass man also nicht irgendeinen urheilten Datenschrott hat, der auch nicht mehr passt. Und ganz großes Thema Speicherbegrenzung. Das sieht man aus den ersten Entscheidungen der Datenschutzbehörde, dass diese Speicherbegrenzung tatsächlich spaßbefreit gesehen wird und sehr granular gesehen wird, sodass man also tatsächlich jetzt nicht sagen kann, der Gesamtdatenbestand wird zu dem Zeitpunkt gelöscht, sondern dass die Datenschutzbehörde sich das so vorstellt, dass es Daten gibt, die man unterschiedlich lange aufheben darf. Wenn wir jetzt uns ein größeres Content-Management-System vorstellen, wird es kaum einen Sinn machen, dass man sagt, 2. Jänner, der Tag im Jahr, wo wir überlegen, welche Daten man halt manuell löschen. Das heißt, da sollte man vielleicht mit überlegen, wie man das gleich automatisiert machen kann. Sodass das System anhand von Parametern erkennt, welche Daten sind wann zu löschen. Technisch-organisatorische Maßnahmen, das ist das Thema, wo man Entwickler meistens am leichtesten begeistern kann, dass das alles brillant ausgestattet ist und wo Sie jetzt auf Entwicklerseite meistens die Augen eher zum Leuchten beginnen. Es gibt das Thema Privacy by Design. Das besagt, dass man bereits die Anwendung so gestalten soll, dass eine datenschutzfreundliche Anwendung quasi vorgegeben ist. Da gibt es so ein Angemessenheitskriterium. Das heißt, größere Projekte müssen sich da zum Beispiel mehr ins Zeug legen als kleinere Projekte. Unternehmen mit mehr Budget müssen da mehr leisten als Unternehmen mit weniger Budget. Anders bei Privacy by Default, das sagt, wenn es zwei Einstellungsmöglichkeiten gibt, muss die Voreinstellung immer die datenschutzfreundliche sein. Also nicht so wie bei Facebook, dass man grundsätzlich jede Datenkrake standardmäßig aktiviert ist und man kann es dann deaktivieren, wenn man das Kleingedruckte eifrig liest, sondern standardmäßig mal alles ausschalten, was ausschaltbar ist und dann kann man es quasi hinzuschalten. Und da gibt es also kein Angemessenheitskriterium, sondern wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann sind die datenschutzfreundlich einzustellen. Thema Transparenz. Alle kennen das Thema Datenschutzerklärung. Mit manchen Plugins ist es zum Verzweifeln, weil man gar nicht genau weiß, was die tun, welche Daten die verarbeiten und, und, und. Das heißt, aus Plugin-Entwicklern sollte man dann mitdenken, dass es hier dann Anwender gibt, die diese Plugins verwenden und denen mitteilen die Infos, die die Anwender dann brauchen, damit sie auf ihrer Website eine rechtskonforme Datenschutzerklärung machen können. Also proaktiv Infos liefern und sagen, wenn du dieses Plugin verwendest, solltest du in deiner Datenschutzerklärung diesen Passus aufnehmen. Das wäre tatsächlich hilfreich. Da muss man sich dann nicht als Anwender selbst durchstädeln, was macht das Plugin jetzt im Detail, um das dann verwenden zu können. Da haben wir jetzt noch was auslassen. Genau. Rechenschaftspflicht, diese ganzen Betroffenenrechte, auch hier gibt es unendliche Möglichkeiten für Plugin-Entwickler sich auszutoben. Es gibt dieses Recht auf Datenübertragbarkeit, dass man Daten in einem Standardformat exportiert haben kann und damit zu einem anderen Anbieter gehen kann. Das ist also gerade, wenn man jetzt irgend so eine Serviceplattform zur Verfügung stellt, relevant. Und natürlich auch das ganz elementare Recht auf Auskunft, welche Daten werden über mich verarbeitet. Da wäre natürlich in einem IT-System im Idealfall denkbar, dass man solche Sachen vollautomatisiert macht. Das heißt, ich habe registrierte User, die können Sie einloggen, sehen jederzeit, in Echtzeit, welche Daten werden über Sie verarbeitet, können Sie die overladen, die Daten und idealerweise war es das System an, wo gibt es Aufbewahrungspflichten, wo nicht, sodass es dann einen Löschbutton gibt, dass der User auch gleich die Datenlöschung selbst veranlassen kann und nicht zuerst ein E-Mail mit Bitte um Löschung der Daten schreiben muss. Also da könnte man Dinge wirklich deutlich schöner ausgestalten. Wenn man Systeme hat, die eine automatische Entscheidungsfindung machen, die zum Beispiel zum Vertragsabschluss führen oder nicht, muss es auch die Möglichkeit geben, dass ein Mensch hier nachkontrolliert. Paradebeispiel wäre zum Beispiel Online-Kreditvergabe, die aufgrund irgendwelcher Kriterien sagt, du kriegst einen Kredit oder nicht und die dann sagt, halt, in der Straße, wo du wohnst, in dem Stadtviertel haben wir die höchste Ausfallsrate, da geben wir keine Kredite mehr her, Punkt. Dann muss man die Möglichkeit haben, aufzeigen zu können und sagen, ja, eh, aber und damit dann ein Mensch entscheiden, ob er den Kredit nicht doch kriegt. Das heißt, solche automatisierten Systeme brauchen auch eine Möglichkeit, dass man das Ganze manuell übergeht und dann eine andere Entscheidung eingibt. Wenn man Subunternehmer hat, bitte den Auftragsverarbeitervertrag nicht vergessen. Das ist auch bei Plugin-Entwicklern häufig der Fall, dass die auf Fremddienste zugreifen, die Teile der Datenverarbeitung übernehmen. Da braucht man mit denen dann einen Auftragsverarbeitervertrag. Bei Kooperationspartnern, wenn man gemeinsame Projekte macht und eine gemeinsame Datenhaltung hat, braucht es diesen Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit, den die allermeisten vergessen, erfahrungsgemäß, wenn man Daten in Drittstaaten übermittelt, also außerhalb der EU, dann braucht man dafür eine spezielle Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung. Das kann ein Angemessenheitsbeschluss sein, so wie dieses Privacy Shield in den USA, wo man ein Privacy Shield zertifizierte Unternehmen Daten sehr leicht übermitteln kann oder ein kanadischer Unternehmen Daten sehr leicht übermitteln kann. Wenn es das nicht gibt, braucht man auch wieder eine spezielle Rechtsgrundlage, wo es dann im Detail komplizierter wird. Und wenn man zum Beispiel die Einwilligung des Users dazu haben will, dass man die Daten nach Indien schickt, weil die dort verarbeitet werden, dem das relativ genau erklären muss, was da passiert und dass da ein geringeres Datenschutzniveau ist und, und, und. damit diese Einwilligung rechtskonform geht. Wie schaut das jetzt mit der Haftung aus bei so einer Entwicklung? Wenn man jetzt ein Plugin einfach aus Herzensgüte entwickelt und als Open Source zur Verfügung stellt, dann hat man nahezu keine Haftung, weil es quasi eine Schenkung an alle möglichen und unmöglichen Menschen ist. und man als Geschenkgeber in Österreich Gott sei Dank relativ wenig Haftung hat, was die eigenen Geschäfte, Geschenke anrichten. Anders schaut das aus, wenn man jetzt entwickelt und das in ein Lizenzmodell zur Verfügung stellt, dann hat man eine Vertragsbeziehung, dann hat man eine ganz reguläre Haftung. Wie groß die Haftung ist, hängt ganz massiv von der Gestaltung dieses Lizenzvertrags ab. In Österreich gibt es da wirklich spannende Möglichkeiten. Man kann aus österreichischen Unternehmern, wenn man Geschäfte mit anderen Unternehmen macht, und dort liegen ja dann meistens die Risiko, weil wenn irgendein privater Website-Betreiber mal ein Plugin verwendet, dann wird da nicht schon so rasend hoher Schadenersatz passieren können. Im B2B-Bereich kann man in Österreich Haftung wirklich nahezu auf Null eindampfen, zumindestens die Haftung, die relevant ist. Da sind wir deutlich liberaler, als zum Beispiel die Deutschen, wenn man einen deutschen Rechtsanwalt dazu hat, was wir Österreicher an Haftungsausschlüssen vereinbaren können, der greift sich auf den Kopf und sagt, ihr spinnt ihr Ösis, weil das dermaßen radikal ist. Ein Deutscher kann gegenüber einem Unternehmer fast weniger Haftung ausschließen, als wir gegenüber einem Konsumenten. Also das ist wirklich ganz krass der Unterschied. Wenn man jetzt Entwickler ist, Auftragnehmer ist, zahlt sich das aus, dass man diese Möglichkeiten intensiv nutzt. Die Erfahrung zeigt, kein Mensch liest Geschäftsbedingungen, also das ist wirklich die absolute Ausnahme, bedeutet, dass der Geschäftspartner halt dann, wenn es wirklich hart auf hart geht, möglicherweise keine Ansprüche hat, weil er die Geschäftsbedingungen nicht gelesen hat und sie nicht rechtzeitig aufgeregt hat. Aber das geht fast immer durch. Wenn man jetzt eine Lizenz hergibt, dann wird man unter Umständen auch dafür haften, dass das zumindest mit WordPress an sich kompatibel ist. Ja, aber wenn ich ein WordPress-Plugin mache, macht das wenig Sinn, wenn es mit grundlegenden Sachen nicht kompatibel ist. Wartung und Support, dazu bin ich nicht verpflichtet. Natürlich, da braucht es eigene Regelungen im Lizenz oder in einem getrennten Vertrag. Das ist übrigens etwas, was Unternehmen total gern übersehen. Ich habe also schon Software-Verträge gemacht, wo es um Millionen-Euro-Projekte gegangen ist und dann war der Auftraggeber so, dass er, der das gekauft hätte, gesagt hat, ja, aber Wartung möglichst lose, weil wenn mir das nicht gefällt, dann habe ich gesagt, ihr habt zwei Jahre Vorlaufzeit zur Projekteinführung. Wenn ihr nicht zumindest dem Fünf-Jahr-Wartungsverpflichtung aufs Auge druckt mit fünfjährigen Kündigungsfristen, der andere kann auch aufhören und dann habt ihr keine gewartete Software mehr. Das wäre ja ein Fiasko. Das heißt, das ist etwas, was Softwarekunden sehr oft übersehen, dass eine Wartung ja essentiell notwendig ist und dass man aus derjenige, der Software bezieht, ein Interesse an einem Wartungsvertrag hat. Weil, wenn man den Entwickler verärgert und der haut ab, dann steht man ohne Entwickler da und das heißt dann auch oft ohne Software, weil wie sehr andere Entwickler zu motivieren sind, an irgendeiner Fremdsoftware weiter zu doktieren, das weiß man eh aus Erfahrung. Die haben meistens keine große Freiheit. Ja, wenn man jetzt ein WordPress-Projekt für den Kunden erstellt und die Verträge ungeschickt macht, kann man auch sein, dass man in der Haftung für das Funktionieren eben des Gesamtprojekts reinrutscht, was jetzt grundsätzlich natürlich gegeben sein wird, dass das grundlegend funktioniert, aber natürlich nicht für jedes der Teil dieser Abermilliarden-Codezeilen, die man selber noch nie gesehen hat. Also da ist eine sinnvolle Vertragsgestaltung auch tatsächlich essentiell. Worüber sollte man denn reden? Ja, also dass man Open-Source-Software einsetzt, ist ein wesentliches Merkmal der Leistung, das einfach in die Leistungsbeschreibung reingehört, damit der Auftraggeber dann nicht überrascht ist, dass er nicht eine Software hat, die quasi ihm alleine gehört. Manche haben da noch ein bisschen die Vorstellung, dass die Welt so funktionieren sollte. Dann, dass man die Haftung da reduziert. Milestones für Zwischenabnahmen sind perfekt, weil wenn der Kunde das mal freigegeben hat und tatsächlich unterschrieben hat, dass ihm das bisherige gefällt, dann werden die Streitpunkte in der Praxis schon mal kleiner, weil dann nicht ganz am Schluss, wenn das Projekt fertig ist, der Kunde sagt, naja, aber das Ganze am Anfang hat mir schon nicht gefallen, hätte es mir das einmal gesagt, hätte sich das gleich aufgeklärt, jetzt wieder zurück an den Start. Gewährleistung, Schadenersatz und Regress wirklich auf das Minimum eindampfen, was möglich ist. Es gibt dann etliche Sachen, Ausschluss, Ihre Führung lese enorm ist, wo es jetzt schon sehr juristisch wird, aber das kann lebensrettend sein und machen die wenigsten, weil sie halt noch nichts davon gehört haben und sie Verträge dann selbst basteln und natürlich auch dem Kunden klar machen, wenn man Fremd-Plugins einsetzt und die ändern sie, weil der Plugin-Hersteller die Lust daran verliert, dass er irgendein Feature weiterentwickelt und das rausnimmt aus dem Plugin, dass damit Kosten entstehen können, die der Kunde dann noch nicht zum Zollen hat. Und auch da kann man mit ungünstiger, vertraglicher Gestaltung oder ich sage mit Nicht-Gestaltung unter Umständen in Haftungen reinrutschen, die unlustig sind. Was braucht es? Allgemeine Geschäftsbedingungen machen absolut Sinn. Wer als Unternehmer ohne allgemeine Geschäftsbedingungen arbeitet, ist wirklich selbst schuld. Es gibt dann auch nur das Gegenstück, allgemeine Einkaufsbedingungen. Auch das ist sehr wichtig. Wenn ich jetzt viele Aufträge vergebe und jetzt meine Marktmacht so weit ist, dass ich sage, meine Subunternehmer freien sich, wenn sie einen Auftrag kriegen, dann mache ich allgemeine Einkaufsbedingungen, wo salopp gesagt das Gegenteil drinsteht. In den Geschäftsbedingungen steht lieber Kunde, ich hafte eigentlich für nichts und in den Einkaufsbedingungen steht dann drin, lieber Subunternehmer, du haftest mir für alles und das möglichst streng. Dann ist man in einer sehr bequemen Position. Diesen Auftragsverarbeitervertrag oder Vertrag über gemeinsame Verantwortung nicht vergessen, wenn es um Datenthemen geht, also um personenbezogene Daten, Lizenzverträge, Software-Service-Verträge und auch diese Wartungs- und Support-Verträge bitte nicht vergessen. Wer Lust hat, jetzt kommt eine einsekündige Werbeeinblendung, schaut mal auf Marketingrecht.at, da kriegt man solche Verträge in Form von Generatoren. Ende der Werbeeinblendung und jetzt bitte eure Fragen. Applaus Vielen Dank. Also eine Vorschaltseite ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Das Ideale ist eigentlich, wenn man die Cookie Bar zu einer Datenschutzbar umbaut und dort aufklärt, was da passiert, dass Tools zur Web-Analyse verwendet werden und dass man das dann so ausgestaltet, dass das Google Analytics Script erst dann losrennt, wenn hier tatsächlich der Ja-Button oder Okay-Button gedrückt wurde. Das ist jetzt selbst mit einem Zehnzeilen JavaScript gut möglich. Was man dann noch bedenken sollte, wenn der die Zustimmung erteilt hat, muss er die natürlich auch wieder wieder rufen können. Das heißt, es muss in der Datenschutzerklärung dann idealerweise einen korrespondierenden Button Schrägstrich Link geben, wo man dann das Cookie entweder löschen kann oder ein Opt-out-Cookie zum Beispiel jetzt speziell für Google Analytics setzen kann. Das ist technisch jetzt keine rasend große Hexerei. Man verliert natürlich Analyse-Daten und hat dann nur noch die Daten von denjenigen, die tatsächlich Okay geklickt haben. Das heißt, Google Analytics darf ich jetzt einbinden, also dann, wenn der das bestätigt. In diese Richtung geht es tatsächlich, wenn man die Entscheidungen der Datenschutzbehörde anschaut. Also ich sage, Google Analytics wäre ein Tool gewesen, wo ich sage, da hätte man noch gut darüber diskutieren können, weil Google das jetzt zum Beispiel deutlich sauberer löst, außer Facebook Pixel. Google sagt, die Analytics-Daten werden für sonst nichts verwendet und daher tatsächlich rein mein Auftragsverarbeiter ist. Und ja, die Daten, wenn man die jetzt rein zur Website-Analyse verwendet, hätte ich durchaus so gesehen, dass das Daten wären, die man vielleicht auch noch ohne Einwilligung verwenden kann. Aber wenn man die Entscheidungen liest, die jetzt ergangen sind, geht es definitiv nicht in diese Richtung. Und damit ist man aber auch bei einem Punkt, wo man dann ganz klar sagen muss, wenn ich schon so etwas wie Google Analytics ohne Zustimmung nicht mehr verwenden kann, dann gibt es andere Tools, die ja noch, sage ich mal, teilweise tiefgehender sind oder die mit den Daten deutlich mehr ansteuern, wie zum Beispiel Facebook Pixel, gar nicht mehr. Wobei Facebook sowieso ein eigenes Thema ist, da geht es tatsächlich in die Richtung, ob man Facebook-Tools in Zukunft überhaupt noch verwenden kann. und da wird die Antwort, wenn Facebook sich nicht radikal ändert, vermutlich Nein lauten. Ja, also glaube ich, dass die das machen. Aber wie gesagt, das ist also selbst mit ein paar JavaScript-Skriptzeilen perfekt gelöst. Man macht eine Cookie, das getroppt wird, das auch dafür sorgt, dass die Cookie-Bar verschwindet und dann halt vor dem Google Analytics-Code eine Abfrage, ob dieses Opt-in-Cookie gesetzt ist und nur wenn das gesetzt ist, feuert Google Analytics und dann noch eine Abfrage, die halt auch schaut, ob nicht gleichzeitig das Opt-out-Cookie gesetzt ist für Google Analytics, weil dann erst recht wieder nicht feuern. Also das ist tatsächlich so viel Code. Ja, das ist die berechtigte Frage, wie erkenne ich, ob ein Plugin DSGVO-konform ist. Von außen meistens gar nicht. Man kann dann mit den Plugin-Herstellern natürlich Kontakt aufnehmen und die richtigen Fragen stellen, wobei auch das, wie meine eigene Erfahrung sagt, oft zu nicht rasend viel führt, weil gerade wenn man jetzt dann einen US-Amerikaner auf der anderen Seite hat, die halt da oft ein grundlegend anderes Verständnis haben und oft auch erstaunlich wenig Interesse haben. Also wenn man dann sagt, Leute, ich sage euch, was tun müsst oder was Voraussetzung war, auch das interessiert dann oft gar nicht. Also wie gesagt, muss man tatsächlich konkret anschauen. Und leider nicht. Also Also ich meine, in Österreich haben wir jetzt ein bisschen die Sondersituation, dass die Wirtschaftskammer sich mit dem Grundsatz zuerst beraten, dann Strafen durchgesetzt hat. Das heißt, dass man gleich eine Strafe kriegt, da muss man sich in Österreich schon eher speziell anstellen, was gut ist, dass man also nicht gleich niedergetübelt wird, gerade bei so einer komplexen Materie. Also ich sage, Datenschutzrecht ist aus meiner Sicht insofern auf der einen Seite extrem gut, dass es gibt, weil der Ansatz sinnvoll ist. Die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes ist eher eine Frechheit, weil ich kenne jetzt kein KMU-Unternehmen, das jetzt, sage ich, durch Durchlesen von irgendwelchen Leitfäden der Wirtschaftskammer oder so, die da überall tolle Sachen bietet, in der Lage wäre, das alleine rechtskonform umzusetzen. Ein Gesetz, das so komplex ist, dass ich ohne spezialisierten Berater eigentlich zum Scheitern verurteilt bin, das soll es nicht geben. Aber ja, es gibt also erste Entscheidungen, da geht es meistens eh um so Einwilligungsthemen oder so und auch da wird es super streng, wo die Datenschutzbehörde sich beschwert, wenn eine Einwilligung eingeholt wird, obwohl keine notwendig ist, weil damit der fehlerhafte Eindruck entsteht, dass das nur mit der Einwilligung überhaupt machbar wäre und so. Wo ich sage, puh, da wird es jetzt dann aber wirklich tricky, wenn ich also die Rechtsgrundlagen messerscharf voneinander abgrenzen muss. Also aus Agentur gibt es mal grundsätzlich Möglichkeiten, dass ich meine Haftung eben jetzt über Geschäftsbedingungen oder so generell jetzt einmal auf ein Niveau senke, das tatsächlich leicht erträglich ist, dass ich eine Haftung komplett ausschließe. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, also eigentlich nicht möglich. Ich kann aber natürlich eine Arbeitsteilung vereinbaren, das aber nur dort Sinn macht, wo es jetzt tatsächlich um Spezialanforderungen geht, wo man sagt, lieber Kunde, das muss der eigene Rechtsabteilung oder dein Anwalt anschauen, ob die Anforderungen, die du an uns hast, mixe diesen Datenbestand mit jenen Datenbestand zusammen und mache ganz was anderes draus, können wir technisch leicht umsetzen, aber rechtlich musst du das vorab prüfen lassen. Wenn man das korrekt vereinbart, ist das möglich. Aber so elementare Grunddinge, wenn eine Agentur sagt, ich baue einen Webshop, muss der rechtskonform funktionieren und kann nicht die Agentur sagen, wir wissen zwar, wie man einen Webshop baut, aber wir haben uns noch nie durchgelesen, wie das rechtlich funktioniert. Das funktioniert definitiv nicht. Also das wäre wie eine Autowerkstatt, die sagt, wir können Autos technisch herrichten, aber ob das dann eine Straßenzulassung kriegt oder nicht, mit sowas haben wir uns noch nicht beschäftigt, da fragst du einen Anwalt. Aber genau so ist es. Also im Kreativ- und im IT-Bereich glauben die Leute... ...